Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute spielen wir mal kein Minecraft, also für euch Sonntag kommt keine Minecraft Folge, sondern heute kommt mal wieder eine Halo Wars Folge und wir spielen natürlich Wanket und ich habe gerade gespuckt wie eine Fontäne und ja mal gucken, wie wir uns so anstellen. Ich habe jetzt wieder eine ganze Zeit lang nicht gespielt, aber ja egal. Kriegen wir schon hin, mal gucken. Ihr versucht mal da zu spielen. Warte mal, nehmen wir mal mit. Ah ok. Ne, 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 geht mal auf den hier. Okay, dann geht man auf die Seite. Okay, er schickt jetzt gerade alle, das ist sehr gut, er schickt gerade alle. Wanket für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Der will natürlich jetzt bei mir stehlen, deshalb werden wir jetzt ihn mit den zwei Quants verfolgen. Mit den Quants sammeln wir hier, mit den Quants sammeln wir ganz schön hier ein. Weil das ist natürlich für ihn dann scheiße. Wenn der ist natürlich hier alles verliert, weil das sind aber elitisch von uns, ne, egal. Schick mal hin. Ok. Dann sammelt schon mal hier ein, aber die schicke schon mal hier hin. Ok. Du bist fertig, die schicke ich mal hier hin. Ja gut, er kriegt hier ein bisschen die Energie. Ja, das, das, das ist okay. Das, das, das sei ihm gegönnt. Bisschen Energie kann er gerne haben, das ist okay, damit kann ich leben. So, jetzt will der natürlich hier einsammeln. Ok, der hat natürlich jetzt extrem aufgerüstet, ne, also. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht auf meine Seite, komm. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Komm, ich sammle gerade noch ein. Lass dir noch mal ein bisschen Zeit. So, 4, 2, geht mal hier hoch. Du gehst aber direkt mal auf die Seite, obwohl wir könnten uns jetzt schon eigentlich die Base hier holen, ne. Ach, der will die Base haben? Ok. Gut. Dann nimmst du die Base, dann nehme ich die Seite hier. Das ist okay. Dann sammeln wir mit den Quanten hier oben ein. Hier ist auch ein gesammelt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und mit unseren Helden gehen wir direkt jetzt schon mal auf Dings Jagd. Und schon mal auf Energieknoten Jagd. Ich diene nur Atriox. Feindliche Einheit, ich hab sie schon von weitem gerochen. Nimm das ihr mit in den Abgrund. Nein. Ah, fuck. Ah, ich hasse Elite Quant. Lass mal die Schasse erforscht. Man kann sie halt schon unsichtbar machen. Man hat sie halt schon verbessert, aber noch nicht so lange. Warte mal, dürfte. Immer noch. So, eigentlich langsam. Begebe mich in Position. Naren hier wagt. Außenkosten errichtet. Na komm. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ich hab kein Ding. Wieder die Extraktor errichtet. Okay, gut. Der hat auch ordentlich, ne? Und fast. So, weg von den Minen. Warte mal, mach die noch schnell. Okay, die ist weg. Ich schwöre meine Treue. Ich diene geschützgerichtet. So, vor. Los, los. Ach, Alter. Harvestor errichtet. Warum verbessert du deine Quanz? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Das ungetiefer greift mich an. Zubefehl. Allein, der Bild. Ewas, Alter. Hör auf, damit. Hör auf, verfolgt er mich. Um ein upgrade angeschlossen. Befestigung. Wir verfolgen jetzt einfach mal zurück, weil, ja. Genau, das dürfte nämlich vielleicht nicht mal unsichtbar sein. Und da verliert er nämlich schön einhalten. Und natürlich auch Ressourcen. Und greifen die Feindbasis an. Apex errichtet. Begebe mich in Position. Ich werde sie vernichten. Harvester errichtet. So, haben wir das schon mal. Das schon mal. Das geht noch nicht. Aber das geht schon mal. Das geht schon mal. Das geht schon mal. Und das geht schon mal. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Apex errichtet. So, mit ihm sammeln wir schon mal den Punkt hier ein. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Das ist unsere Energy Harvester abgeschlossen. Äh, kann man auch schon mal verbessern. Ihr könnt einsammeln, ne? Danke. Okay. Okay. Dann machen wir hier schon mal einen Schildgenerator hin. Einfach schon mal zur Sicherheit. Dass wir schon mal da einen haben. Auch wenn ich jetzt nicht denke, dass wir jetzt schon angegriffen werden. Bei denen in der Mitte haben wir mehr als genug geklaut. Dann haben wir jetzt Einheiten geklaut. Dann haben wir die Ressourcen noch mitgeklaut. Also es dauert ein bisschen, bis der wirklich... Ne, wir verbessern Fluganheiten erstmal. Ja, bis der mir gefährlicher wird, dauert es ein bisschen. Sein der Mitte. Also, an der Gelber. Also, an der Gelber. Sammelpunkt festgelegt. Ich diene nur, Atriots. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Ich diene der Sache. Bin unterwegs. Das Problem ist, der Gelber nervt gerade ein bisschen damit, dass er natürlich immer wieder die Energieknoten klaut. Also, die ich natürlich auch die Energieknoten brauche. Ihre Kameraden werden ihre Überrechte kaum finden können. Lokale Einrein. Brücke vor. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wir haben ihre Ehre gar nicht. Okay. Also, wir brauchen die Energieknoten. Nein, nur ich, sondern wir alle. Aber gut, so ist es jetzt erstmal. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Der Rode muckt auf, ne? Der Rode. Der Rode. Alltag. Du kannst fuhrst du in meinen Höhlen. Oh, Helle. Dunkelblaue, echt jetzt. unsere basis wird angegriffen die basis unserer verbündeten wird angegriffen okay haben wir doch schon mal möge dieser ein beweis meiner treue sein machen wir hier schon mal in der Mitte ein bisschen Stress gegen gelb Festungsupgrade abgeschlossen unsere verbündeten greifen die Basis an lokale einhalten lokale einhalten sammelpunkt festgelegt unser problem ist gerade so ein bisschen wir begreifen so geteilt an die ganze zeit aber okay er macht zum glücklich Stress ja gut dann werde ich versuchen hier ein bisschen zu helfen unsere verbündeten greifen die feindbasis an der feind hat unsere energieknoten erobert sammelpunkt festgelegt und wir werden mal zwei quants ausbilden dass wir gleich direkt wieder einnehmen können okay dann machen wir das und danach gehen wir wieder auf helden upgrade abgeschlossen upgrade abgeschlossen sammelpunkt festgelegt was ich machen könnte ist natürlich den grün unterstützen ich versuche es zumindest mal werden mal zur grün fliege sind in gefahr sammelpunkt festgelegt lokale einhalten sammelpunkt festgelegt lokale einhalten unsere verbündeten greifen die feindbasis an das war so dumm gesetzt ey das war so ultra dumm von mir gesetzt der strahl die zu früh angesetzt egal luftfahrzeug level 3 erforscht wir haben ein feindliches hammer wunderbar sehr schön dass die base mit dem helden einnehmen einnehmen und einnehmen wir müssen noch ein bisschen druck machen wir haben ein feindliches gebäude zerstört nebenbei bilden wir einfach aus und wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen den den grün zu unterstützen ist gar nicht so schlecht da wollte ich bauen man sollte einnehmen und jetzt ein bisschen den roten die sonne unsere verbündeten greifen nach ein basis an lokale einheiten oder direkt auf der direkt auf die jemals erforscht sammelpunkt festgelegt das freut mich doch so wir haben jetzt den energie der sachen noten das heißt mit dem helden könnte man sich auch unsere basis wird angegriffen unsere verbündeten sind in gefahren man gibt dann hier auf anführer punkt erhalten ich höre meine treue ich diene der sache wir haben ein feindliches gebäude zerstört ich glaube es hat jedoch gegeben wird man gerade bei orange ja alle wesen zerstört ach mann unsere verbündeten greifen die feindbasis gerade lokale einheiten ach komm was soll der geil ulti lokale einheiten gegner scheitern hallo ey ja wieder ein sieg sehr schön und ähm ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen war leider ein bisschen doof dass sie aufgegeben haben weil man kann auch solche spiele noch gewinnen man kann wirklich solche spiele noch gewinnen aber naja gut ok ähm sei es drum ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge bis dann haut rein und tschüss tschüss